. 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 Hallo, herzlich willkommen, Freunde und Fans von Camp David. Es ist wieder soweit. Wir sind auf der nordfriesischen Insel Sylt am Brandenburger Strand. Denn hier trifft sich Ende September die Weltelite des Windsurfens. Und in diesem Jahr schon zum 30. GP Jewel Windsurf World Cup. Bis zum 6. Oktober werden hier die besten Windsurfer um insgesamt 120.000 Euro Preisgeld kämpfen. Und viele Menschen werden dabei sein, werden coole Action erleben, Lifestyle mit unserem Camp David Zelt und natürlich am Abend Party. Hier in Westerland sind die letzten Vorbereitungen für die große Eröffnung abgeschlossen. Und wir haben auch etwas vorbereitet. Wir wollen jeden Tag von diesem Mega-Event für euch berichten und stellen am Abend einen Videoblog ins Netz. Checkt also unsere Internetseite campdavid.de oder Facebook. Stay tuned. Checkt den täglichen Videoblog von Camp David.